Oh, hallo, geh weg, Kakalake, kann ich euch kaputt machen, nein, scheiße, ab in die Eingangshalle, ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund, türkischer Honig dachte er, genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. So, ah, guck mal, jetzt kann ich auch Shift halten hier, das sind wohl irgendwelche Rattergeräte, yeah, Schubidu, Schubidu, Fledermäuse, hier ist schon wieder irgendein Zeug. Komm, bring die Lampen, du bist in der Refinery, hast du nicht? Ich glaube nicht, dass ich es habe. Ist es verbunden mit dem, was hast du es gesagt? Das Inner-Sentrum, mein sehr precites Kampel, Daniel, und es liegt gut über die Refinery. In der Falle liegt es unter der ganzen Stau von Brettenburg. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Sie ist widerstandsweg biegsam, sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Kann ich die nicht anzünden hier, die Kacke? Na, kommen wir später mal hin. Brauchen wir also irgendwas, um das Ding aufzuschneiden oder sonstiges damit zu machen. Ähm, schauen wir erstmal oben. Was ist denn da oben so? Hoah! Shit. Wo kam die Tusse her? Wo kam das Geschrei her? Alter. Ne, ich kann das einfach nicht mit dem Headset spielen, das geht einfach gar nicht klar. Das geht nicht klar! Es ist zu laut und zu... erschreckend. Haut ab, ihr Viecher! Hier geht's wieder runter. Wo geht's hier lang? In die Archive! Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Mhm, interessant, interessant. Daniel also... Achso, ich bin Daniel, ne? Bin ich Daniel? Schreibt das mal unten in die Kommentare rein, bitte. Seltene Bücher? LibriRario. Katalogi! Komm, wir gucken erstmal hier bei den seltenen Büchern. 16. Mai 1839. Der unflinchende africanische Sonne hat weitergelegt, um unsere Expedition zu spüren, macht es unmöglich, um nach der Nacht zu spüren. Wie Professor Herbert hat die Location in diesen vasten Plänen des Nichts ist, bleibt mir ein mysterium. Wenn ich ihn gefragt habe, um den Pumpe wieder zu spüren, hat er mir erzählt, um die legend der Tin Hanan. Tune an, um... Was? Mhm. Ich denke, es sollte etwas interessantes, um zurück zu London und das britische Museum zu bringen. Das verfickte Kakerlake. Mach nicht so'n Dreck hier. Läuft da einer draußen her? Hier können wir auch nicht anmachen. Nee. Das Licht machen wir jetzt erstmal nicht an. Hier läuft doch irgendwo einer her, oder? Hallo? Ist da jemand? Komm auf. Geh auf. Wahnsinn. Joa, hier ist nicht viel los. Nicht viel los. Doch, da ist was. Guck mal hier. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brannenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist drei Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander Baron von Brennberg meine Dienste, dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge diesen Vertrag niemand brechen. Willem Hausgerich. Willem Hausgerich. Schön. Boah, ist da dunkel. Ich brauch mehr Öl. Das Ding ist, glaub ich, gleich schon wieder alle hier. Hab ich irgendwie im Gefühl. Machen wir kurz aus. Haben wir hier noch... Tinte! Nein, warum hab ich das angemacht? Boah, Stuhl. Regt mich nicht auf hier. Boah. Guck mal. Man kann den wunderbar werfen. Sehr schön. Schönes Bildchen hier. Sonst ist hier nicht viel los. Boah. Was war das für Geräusche? Auf hier. Die Luke. Zu. Auf. Zu. Ein paar Klamotten. Bringt uns auch nix. Zu wieder in dem Auge. Ich hab die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, dass uns einer hier hinterher läuft. Mhm. Mhm. Das hat mich verwirrt. Es war viel ähnlicher als die 4th-jährige Struktur, die wir erwähnt haben. Der Weg in eine großartige Antichamber kamer. Die Städte wurden mit Statuen nicht anders als einer, die ich nie gesehen habe. Während der ungewöhnliche Qualität, ich fühle mich eine strange Beziehung an sie, die mich immer noch schützt. Am tiefsten Ende der Städte wurde ein großer Schlag von Steinen veröffentlicht. Ich gab die Verordnung, ihn zu eröffnen. Und als ich durch den langen Raum fußte, hat die schweren Steine plötzlich veröffentlicht, sie veröffentlicht mich. Ich war verabschiedet. Tja, Pech gehabt. Pech gehabt! Das finde ich richtig cool, dass man die Klamotten so rumschmeißen kann. Gefällt mir sehr gut. Fick dich, Buch! Fick dich, Stuhl! Was ist hier los? Nix drin. Zweites Moped. Ah, guck mal einer an. Die Zünderbüchse. Und da unten ist auch nichts drin. Sehr schön. So, ähm... Hier ist ein bisschen dunkel. Die Tür ist auch schon wieder halb auf. Oh nein! Och... Licht an. So, fickt euch. Alter, ist das dunkel da hinten. Was mach ich jetzt? Ah! Alter! Ich baue Öl. Ja, hallo? Alter! Da war doch jemand. Wo kommt die Musik her? Das gefällt mir gar nicht hier. Spinnenweben. Ist hier noch was? Nein, 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 nein. Ja, den kann ich natürlich nicht umhauen. Boah, ist das... Da will ich nicht reingehen. Scheiße, man. Kann ich die Lampe nicht mitnehmen hier? Ja, hier ist noch Licht an. Gut. Dann gehen wir weiter. Boah, ist das dunkel? Ist das dunkel? Ist das dunkel? Hier, schnell an die Mauke. Nein, oh oh. Keine Zünderbüchsen mehr übrig. Ich brauche neue Zünderbüchsen. Hier sind keine drin. Nein. Kacke. Das ist echt kacke. Boah, ist das... Scheißendunkel. Komm, wir sprinten einfach hier durch, dann klappt das schon. Yeah. Probieren wir ihn jetzt. Waren wir das schon mal? Nee, ne? Mhm, mhm. Oh, diese Geräusche. Machen mich wild. Fuchsteufelswild, oh. Was? Stein. Auf dem irgendwas... Oh, Öl, Öl, Öl. So. Tabulator. Öl. Zack. Und jetzt nutzen wir das mal... gekonnt. Guck mal, können wir hier eine Runde spielen? Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadum. Dunkel, dunkel. Grundrisse. Ja, komm, hier. Auf, die Maus. Hier ist er schön hell drin. Oh. Ach, nee. Guck mal, einener an. Öl, Zündhölzer. Das ist gut. Was hier noch? Okay Ach, hier fällt alles auseinander Das ist scheiße Haben wir hier noch Boah, ist ja dunkel Haben wir hier noch Oh oh Ich hab irgendwas aufgenommen Hallo 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 Ach so, okay Ja, kommers Woah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hm, okay. Interesting story. Erzähl mir mehr davon. Komm ich hier durch? Ne, scheiße. Wo kam er her? Hier. So. Ja, hier waren wir ja schon. Ja, das ist natürlich Kacke jetzt. Jetzt sind wir hier gefangen oder was? Ist doch ein schlechter Scherz, oder? Klasse. Kommen wir nicht durch? Geht's hier weiter irgendwo? Ne? Ne? Können wir hier die Bretter abreißen? Auch nicht. Kacke. Ach, warum mach ich denn hier? Guck mal einer an. Was haben wir hier? Lageplan. Fick dich, Lageplan. Zurück. Noch mehr. Die lassen wir drin. Noch mehr. Upsi. Entschuldigung, Buch. Ja, das können wir nicht greifen. Was ist hier? Zwar zerbreche ich aber nicht mit der Hand. Aber ich hab's mit der Hand zerbrochen. Gut. Wow. Hier ist doch was. Kann ich das nehmen? Was ist denn das? sieht das kaputt aus? Hier. Hier. Ah!